Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Versuchen wir uns doch mal an dem Schnoss knacken. Endlich können wir das auch machen. Und, ne? Das Weiten ist jetzt ein bisschen leichter. Alter, das wäre alles so einfach gewesen. Die ganzen Missionen und... Aber, na gut. So, drücken Sie... X, wenn die Anzeige im sicheren Bereich ist. Äh, im sicheren Bereich. Der will mich doch verarschen. Im sicheren... Kann ich... Der ist doch gar nicht machbar. Ne. 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 Der ist... Der ist so hart. Hm. Dann schauen wir mal, was man hier machen kann. Renovieren. Ja. Gut, das wird jetzt mir. Und das bringt mir jetzt was. Zwei neue Aufträge stehen ab jetzt. Okay, also neue Aufträge. Ah. Ich bekomme zusätzlich Einkommen. Seid doch mal ruhig. Boah, sind die laut, alter. ok es werden köpfe rollen mission akzeptieren mehr spieler wie es scheint mal schauen was dann passiert ok dafür bräuchte ja also kann ich das nicht machen soviel dazu aber da ist ja wieder da ist ja wieder eine da ist ja hier wieder eine andere mission wie die hier die kann ich auf jeden fall spielen gehen kann ich aber nicht mit anderen spielen sondern muss ich dann wirklich privat zocken nein ich will da nicht rein oder doch nicht da rein du schon wieder blöder in wald ich muss nach oben blablabla 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 oder auch nicht ich muss ins übergeschoss muss ich da muss ich rein soviel dazu klappt das ja der ist mir ein bisschen zu schnell ah nein ja genau und hab dich und da ist auch gleich eine truhe blablabla blablabla ich glaube der läuft jetzt auch besser wie um davor du sollst runter gehen ja ein bisschen ein bisschen läuft da fall einfach runter so dann können wir auch gleich mal gucken was diese blauen dinger sind da sind ja richtig viele gespawnt oh 300 nice 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 wow 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 1500 waffen von notre dame ach ne begleitmission ich ahne schreckliches akzeptieren und nachverfolgen geh weg wie und ich muss den einfach nur töten oder wie dafür 1500 das war fies das das haben sie echt scheiße gemacht ich kann mich ja nicht wehren wenn ich die ganze zeit da irgendwie ne das hätte man irgendwie anders lösen müssen aber die 1500 aber die 1500 dann gehe ich mal kurz wieder hier rein so das hier ist mein häuschen ne das hier genau das hier ist mein häuschen ne das hier gesellschaftsklub-missionen wie sich das schon anhört bevor ich da jetzt aber wieder hingehe ja 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 würde ich gerne hier entlang gehen dann dahin und dann aber ich ein bisschen blöd finde ich konnte bis jetzt noch keine karten ähm kaufen das finde ich ein bisschen enttäuschend und dafür ähm wird es recht schnell aufgedeckt wenn man an einer truhe in die nähe einer truhe kommt geh einfach weg falscher patriot still uah 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 medizin so ich hoffe der da ist das jetzt besser um einiges ich habe nicht gesagt dass es dann auch besser ist okay oh yeah habt ihr das gesehen? habt ihr das gesehen? oh yeah wuh ich fühl mich verarscht wieso denn nur 150 Mann so dann wollte ich mir das hier mal angucken was das hier ist Saturns die Rätsel lösen um die Fragmente einer coolen Scheibe zu kriegen okay ich führe zwei Blätter frankiert von Justiz und Gesetz ich schlage wahr und gerecht stund um stund für Monarchen und Bauern gleichermaßen gleichermaßen im Vollbildmodus wow auf gerade ansehen wird mir da etwa irgendwas angezeigt? wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht ja wahrscheinlich nicht oder die meinen wirklich dies nee kann ich mir nicht vorstellen so einfach machen sie es nicht das ist wie recht ich führe zwei Blätter frankiert von Justiz und Gesetz ich schlage wahr und gerecht stund um stund für Monarchen und Bauern gleichermaßen Gerichtshof dann soll ich hier etwa auf der Karte das sagt mir doch auch alles überhaupt nichts wenn jetzt hier irgendwas mit Gerichtshof stehen würde ne oder sowas in der Art dann okay das muss es sein aber ich habe keinen blassen Schimmer ich werde ich werde nice 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 wie geil war das denn gerade ja wieso machst du es da nicht besser wenn du es schon besser gesehen hast voll Idiot ich weiß nicht ob der Charakter schwimmen kann Apropos schwimmen das Wasser sieht ja hier echt cool aus alter das sieht ja richtig echt aus hammergeil ich kann gerade den Verbrecher nicht töten weil ich die Schatzruhe öffnen muss tut mir leid ich sehe da auf der Karte was ist denn das was ich da sehe das ist ja die Stelle wo ich das Rätsel begonnen habe ja was soll mir das jetzt sagen ja er zeigt mir ja nur den Hinweis mehr aber auch nicht ja und nun muss ich etwa ins Wasser finden wir einfach mal heraus ob er schwimmen kann ja hier ist ja auch nichts irgendwie aber sieht echt geil aus nice ok jetzt weiß ich was das ist dann kann ich ja wieder mir ein neues zu suchen wie wärs denn hiermit hier geschirr so und so und so und trolala und trololi tralala und dann hier so trolala und tratratri tru und dann irgendwann bin ich dann wieder hier und dann komm äh ne dann ende ich hier irgendwie und dann können wir die hauptlich zu machen mit sich das ist nach um richtig beschissen im Plan an des und finde ich auch lalala so dann müssen Ich hab mir jetzt reingesucht So wie der Arsch da Ins Gesicht, ja Oh, ich hab nicht gerunhitted Das geht ja mal gar nicht Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir Alle geplündert haben und sonstiges Konnten wir schon eine richtig hohe Waffe kaufen Hätten wir ja gleich die Story so und so Blam, blam, blam und dann hätten wir wahrscheinlich nur so Billigwaffe geholt Wenn überhaupt Oh, oh, oh Ah Ne Ne Dreimal sowas Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Ich hoffe Ich vermute und ich hoffe Dass man sich nochmal ein Upgrade holen kann Weil ich seh da eher Glück drin als alles andere Und so ein Ding, das kostet 50 Punkte und das Äh, 50 F Und das ist mir dann doch etwas zu teuer Muss ich ehrlich sagen Ah, wie dann leicht Uh, sehr leicht ist Ja, aber Dementsprechend ist wahrscheinlich auch nur 150 drin Und sogar 250 Ah, danke, er applaudiert mir Er applaudiert mir Er applaudiert mir So ein Arschloch Nein Es läuft bereits eine Mission Möchten sie ihre aktive Mission durch diese ersetzen Ja In einem friedlichen Garten Voller Steine Wartet eine geflügelte Wächterin Ihr sanfter Blick Ehrt alle Seelen Und führt sie zur Ruhestätte Eine geflügelte Wächterin Eine geflügelte Wächterin Wie kann ich nur bestimmte Leute bestiehen Äh, das ist ja blöd Nee Ah, hier Eine geflügelte Person Das ist sie Ah Und ich muss das Gegenstück suchen Das zweite Rese Zerlösen Ernsthaft Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge Bis dahin Ciao